Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wage, es scheint, als ob dich die beunruhigenden Ereignisse um einen Freund oder eine Freundin etwas verwirrt haben. Die Situation hat wahrscheinlich eine unerwartete Wendung genommen, sodass sowohl du als auch die anderen Beteiligten versuchen, sich einen Reim auf das Ganze zu machen. Die gute Nachricht ist, dass dieses Problem in den nächsten Tagen gelöst werden sollte. In der Zwischenzeit könnte es von Vorteil sein, die Sache mit Objektivität und Geduld anzugehen. Ziehe es in Erwägung, dich auf andere Aspekte deines Lebens zu konzentrieren, um in dieser Zeit dein Gleichgewicht zu bewahren. Die Aussetzung des Urteils kann ein mächtiges Werkzeug sein, um ein tieferes Verständnis für eine Situation zu erlangen. Es ermöglicht dir, mehr Facetten der Wahrheit zu sehen. Außerdem kann es besonders aufschlussreich sein, dieses Konzept auf dein eigenes Leben anzuwenden. Nimm dir heute etwas Zeit für deine persönliche Selbstbeobachtung. Tragen die Entscheidungen und Handlungen, die du triffst, positiv zu deinem allgemeinen Wohlbefinden bei oder behindern sie dein Selbstwertgefühl. Beobachte das Verhalten deiner Freunde und Bekannten, die du bewunderst, und überlege, ob du Elemente ihrer Gesundheitspraktiken übernimmst, die mit deinen Zielen und Werten übereinstimmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass du dich derzeit in einer etwas verletzlichen Position befindest. Deine Anpassungsfähigkeit und deine Fähigkeit, mit dem Strom zu schwimmen, können manchmal dazu führen, dass andere dich ausnutzen, wenn du nicht auf die Umstände achtest. Obwohl es eine wunderbare Eigenschaft ist, flexibel zu sein, ist es genauso wichtig, Grenzen zu setzen und deine Bedürfnisse durchzusetzen, wenn es nötig ist. Heute liegt Aufregung in der Luft, und das ist eine gute Gelegenheit, deine Beziehung mit neuer Vitalität und Begeisterung zu erfüllen. Wenn sich deine romantische Beziehung stagnierend oder routinemäßig angefühlt hat, ist es jetzt an der Zeit, den Funken neu zu entfachen. Beide Partner brauchen Raum, um ihren individuellen Interessen und Leidenschaften nachzugehen. Das verleiht eurer Beziehung nicht nur einen Hauch von Faszination und Geheimnis, sondern ermöglicht es euch auch, die einzigartigen Qualitäten des anderen besser zu schätzen. Indem ihr Raum für persönliches Wachstum und gemeinsame Erfahrungen schafft, könnt ihr ein Gefühl der Freude und Verbundenheit wiederherstellen. Wie bereits erwähnt, musst du dich auf eine elektrisierende Überraschung gefasst machen, die dich in Erstaunen versetzen wird. Die himmlischen Energien haben sich verschworen, um dir eine Botschaft zu überbringen, die dein Leben maßgeblich beeinflussen könnte. Egal, ob es sich um eine lang erwartete Liebeserklärung, eine karriereverändernde Chance oder eine Offenbarung von großer Bedeutung handelt, das Universum stellt sich zu deinen Gunsten auf. Sei offen und empfänglich für das Unerwartete, denn diese Botschaft hat das Potenzial, die Richtung deines Schicksals neu zu bestimmen. Nimm die Einflüsterungen des Kosmos an und bereite dich auf eine lebensverändernde Enthüllung vor, die auf dich wartet. Wenn der Mond heute in den Löwe eintritt, werden deine Emotionen vielleicht noch intensiver und feuriger. Dieser Mondeinfluss könnte zu verstärkten Konflikten und emotionalen Ausbrüchen führen, weshalb es wichtig ist, mit diesen Energien klug umzugehen. Anstatt zuzulassen, dass emotionale Theatralik die Hauptrolle spielt, solltest du diese Intensität in kreative und konstruktive Dinge umwandeln. Nutze diese Energie als Chance für persönliches Wachstum und Selbstdarstellung und sorge dafür, dass dramatische Momente in deinem Leben und deinen Beziehungen einen positiven Zweck erfüllen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Vielen Dank. Vielen Dank.